Ich bin Mauro Berter und ich arbeite hier im Kunstmuseum Basel als Guide seit Sommer 2022. Momentan mache ich ein wiederkehrendes Format, das heisst Trickflader trifft. Trickflader ist ein Kunstprojekt und da geht es eigentlich um eine Kunstfigur, die ich entwickelt habe, die so ein bisschen versucht mit Ironie und Witz und dem Hinterfragen von allem, die Hürde über Kunst zu reden, wenn möglich, irgendwie aufzulösen. Vielen Dank.